Hey, die sind doch viel günstiger jetzt, oder? Ja, safe. Kann die nicht nochmal? Die haben die jetzt nochmal neu released. Ich bin mir nicht sicher, ob die die in der gleichen Lederqualität wieder vorgemacht haben. Ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie damals das Gefühl, dass sie damals ein bisschen besser gewesen wäre. Sie ist immer noch deutlich besser als bei einem Standard Air Force. Und wegen den Herzen und dem hier auf der Seite. Also ich bin ja gar nicht so ein Drake-Fan, aber diese beiden Aspekte finde ich halt einfach so nice. Dass ich gerade wirklich auch überlege, ob ich sie mir nicht selber hole. Hast du ein paar? Nein. Aber sind das jetzt schon die neuen oder die alten? Das sind die neuen. Aber vom SKU kannst du auch keinen Unterschied festmachen. Haben die da nicht auch Herzchen? Ne. Das sind die Valentine's Day Air Force. Die habe ich. Aber ich habe das auch, als ich die in der Hand hatte, ich war auch so, hä, waren da nicht auch Herzen? Ich habe genau den gleichen Gedankengang gehabt wie du. Also die sind bei den Löchern ein bisschen anders. Sind hier drinnen aus Leder. Ja. Haben eine andere Sohle, sollen dadurch bequemer sein. Und haben halt hier den Schlichtzug. Was kosten die aktuell? 199. Okay, dann muss ich mir den jetzt dann kaufen.